Hallo, ich bin Ayshe Mese, die Geschäftsführerin der Deutschen Unternehmerbörse www.dub.de. Wir sind Europas reichweitenstärkste Online-Plattform, wenn es um das Thema Unternehmen kaufen, verkaufen oder bewerten geht. Auf unserer Plattform treffen sich Berater, Verkäufer und Käufer. Mit drei Millionen Seitenaufrufen, 3000 Angeboten und einer Community von über 72.000 registrierten Nutzern sind wir Europas führender Marktplatz im B2B-Bereich. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich der Unternehmensnachfolge und M&A, langjähriger Zusammenarbeit mit Spitzenberatern und als Top-Player im Bereich der Unternehmensbörse für den Mittelstand, verfügt die DUP über weitreichende Sichtbarkeit. Somit ermöglichen wir zahlreiche Profilbesucher und eine Vielzahl von Touchpoints zu ihrer Zielgruppe. Erstellen Sie sich Ihr Professional-Profil und lassen Sie sich finden. Ganz gleich, ob Sie Distressed M&A, Unternehmensnachfolge, Kauffinanzierung, Sanierung und Restrukturierung oder einen anderen Beratungsschwerpunkt haben, hier werden Sie auf jeden Fall gefunden. Unter Berater finden auf dubb.de. Unser Ziel ist es, die richtigen Berater mit den passenden Mandanten zusammenzubringen. Dabei nutzen wir unsere einmalige Reichweite als führende Plattform auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge und M&A. Die neue DUP-Beraterbörse funktioniert als Empfehlungs- und Bewertungsplattform, ähnlich wie TripAdvisor oder Kununu, und verschafft Ihnen als Berater eine effiziente Außenwahrnehmung. Dafür haben wir das neue Professional-Profil entwickelt. Es bietet Beratern eine maximale Flexibilität bei der Darstellung ihrer Dienstleistungen und Beratungsschwerpunkte. Stellen Sie sich Ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten optimal dar. Werden Sie Teil unserer wachsenden DUP-Community und lassen Sie sich finden.